Hallo Leute. Willkommen zurück zur nächsten Folge von Factorio. Genau, willkommen zurück. Und ja, wo waren wir? Wir waren bei der Produktion immer noch von den Geschwindigkeitsmodulen 3. Da waren mittlerweile 11 Stück. An was mangelt's da denn aktuell? Rote Schallkreise. Prozessoreinheiten. Nein. Doch. Ja, und deshalb auch rote Schallkreise, weil die... Ja gut, ja klar, ja. Stimmt, ja. Und an denen mangelt es, weil... Kupferkabel. Kupferkabel? Ja. Tatsache. Ah, hier ist das... Ah, stimmt, das haben wir hier aufgeteilt. Jo, dann machen wir mal die Aufteilung raus. Und lassen das hier vorne direkt mal... Ah, scheiße. Das war blöd. Ähm... Oh Gott. Ich dachte, ich könnte es noch einfach so machen. Kann das dann da drauf laufen lassen. Ja, aber was hast du jetzt verändert? Warte. Ach, das läuft eh gleich ab. Ich hab einfach die beiden Maschinen hier, das Ding nur für oben produzieren. Ja, das habe ich ja soweit verstanden, aber... Ja, und die hinteren Reihen nach unten. Das war doch vorher nicht anders, oder? Doch. Vorher haben die vorderen zwei Maschinen die Hälfte auch noch nach hier unten abgegeben. Ach so. Wobei das auch schon wieder ein bisschen... Wenig ist jetzt hier unten. Wobei, Grüne haben eigentlich genug. Naja. Naja. Guck mal, die staunen sich doch hier. Na gut, da unten geht, ja. Ach ja, weil da unten noch welche ankommt. Ja. Und hier kommen ja auch noch Rote, ne? Von außerhalb hier unten. Ja, ganz paar. Zwar nur ein paar, aber... Ja. Kleinvieh macht auch Lust. Ähm. Ähm. Kupferkabel da nicht eingehandelt. Äh, okay. Ich komme jetzt... Natürlich keinen mehr an. Das gefällt mir nicht so, dass da keinen mehr ankommt. Ich test mal aus, wie es ist, wenn man nur eine Maschine... Äh... Möchte ich das mal eben... Ändern hier. Ich ten mit oben... Es ist, wenn wir mal nur eine Maschine nach oben laufen lassen.. Whaaa! Der muss oben wieder ein bisschen wenig... Gimme eeاغ... Schepple... Warte mal, wir haben ja noch das Geschmack-Mobule 1, da müssen wir ja noch ein paar von haben. Ja, hier auf dem Band. Ja, oder du nimmst halt aus der Dreierkiste welche. Ne, ne, da will ich jetzt keine verbrauchen. Wobei die wir da nicht ablegen können, ne? Lass die so was ablegen? Äh, die zweite Maschine von links. Bei der Karolproduktion, die kann nicht ablegen. So, jetzt hab ich zwar etwa wie vor, aber ich hab jetzt nen Geschwindigkeits-Mobule reingepackt, vielleicht passt das. Äh, eher nicht. Eher nicht, da müsste man eher... Was ist denn, wenn wir hier vorne rote Roboter hinmachen und noch ein zweites Band hier drunter? Ne, wenn... Weil wir kommen zuvor, dass eine Reihe nicht reicht. Ja, ja, dann würd ich's eher so machen. Und dann hier einfach drauf gehen, zum Beispiel, oder hier vorne. Ja, da musst du... Ja, da musst du... Das hab ich mal da drauf gehen lassen. Ich überleg grad, wenn wir das am besten machen. Zwei noch. Ähm... Ähm... Das könnte passen. Und hier, so, so. Und so. Genau. Das kann doch gerade ausgehen, aber das nicht. So. Und dann... Da brauch ich nochmal nen Untergrund-Flies-Band. Das hier kann nämlich weg. Okay. Jetzt liegt da hinten Eisen rum. Naja, das war nicht so toll. Das war auch blöd. Mh... 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 So. So, jetzt schon eher passt. Mh... Das schon. So sieht's gut aus. So sieht's jetzt relativ gut aus, auch wenn's, naja, ich glaub oben ein bisschen, oder? Ja, geht eigentlich, oder? Ich beobachte das grad hier oben an der Kante. Doch, es staut sich sogar ein bisschen mehr zurück. Ach da, das ist sehr gut. Ganz hinten kommen immer wirklich viele an, aber immerhin... Mal gucken, dass vielleicht auch noch... Ja, das war blöd. Äh, so, wenn dann. Da bräuchten am besten, bräuchten wir wirklich noch eine einzige Fabrik mehr. Dann wird aber, glaub ich, eher das Kupfer wieder nicht reichen. Wirklich viel mehr Kupfer können wir hier grad nicht abbauen. Oh, da können auch noch Geschwindigkeitsmodule rein. In die Abbau... Ah, wie heißt das denn? In die... Erstschwetterer. Hm. Mach da mal welche rein. Da haben wir jetzt schon plus 60% Herstellgeschwindigkeit. Oh Gott. Das zieht doch ganz gut aus rein. So. So. Immerhin nur 1er rein, aber ist egal. Wie gesagt, 3er Weg darf ich jetzt den Verband einbauen so irgendwie zu herstellen. So. Okay. Drei noch. Hm. Pasch. Ja, jetzt kommt definitiv wieder mehr Kupfer an. Staufe schon wieder ein bisschen. Staufe schon wieder ein bisschen. Sehr schön. Das sieht dann wieder aus. Geh weg du Alien. Geh weg du. Geh doch. Okay, ja. Ja, da sind immer auch Prozessoreinheiten die fehlen. Und für die fehlen die roten immer noch. Und für die roten fehlen... Schon wieder Kupferkabel. Das ist krass. Ja. Auf jeden Fall. Ja, du könntest höchstens in die Kupferkabelproduktion äh... Ne, könntest du auch nicht. Wenn du da jetzt 3er reinmachst, dann kommen die trotzdem hinterher. Ne, vor allem, ich glaub, fliegt eher am äh... Am Kupfer. Hm. Obwohl, naja, eigentlich... Eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, obwohl es staut sich jetzt. Wenn das Grüne sich jetzt staut, dann kommt ja mehr Kupfer zu den Roten. Siehst du das? Hm. Stimmt. Hier unten staut sich's. Ja. Ja. Dann warten wir erst mal ab. Genau. Wieso machen wir das? Ich baue hier oben auch noch einen hin, der rote macht. Ach so. Das war da drüben. Ja. Hm. Den leh ich dann auch noch mit aufs Band. Ja. Dann staut sich hier die ganzen Roten. Da war der Grüne fehl. Ach so. Da war ich ja schon. Da war ich ja dabei. Da wollte ich ja das... runterlaufen lassen. Dann müssen wir mal raus nach da. Und das habe ich sogar noch. Die weiße Voraussichten-Loop produziert. Und zack. So. Dann dann mal. Ja. Wobei ich glaube das bringt gar nicht viel. Die zweite Fabrik. Wollen wir einfach... Wovon sind's denn zu wenig? Ich glaube von der Grüne. Ja. Naja. Das sind die Grünen für da oben. Hier vorne sind einfach viel zu wenig Grüne in der Produktion. Kann man da nicht nur oben einen und drunter einsetzen? Einen drunter wird noch gehen. Das schaue ich jetzt nach. Vor allen Dingen die vielleicht austauschen gegen... Zumindest sind's. Achso sind schon hier drin. Ich bin nicht... Ich bin... Nein! Nein! Dann lepp mich. Dann würde ich meinen Kopf verwandeln lassen. Ja, Paul ist das halt auch da. Ich dachte schon, da wäre es leer. Oh. Ich glaube ich brauche auch mal wieder... Ja. Ein paar... Hä? Wie bin ich hier reingekommen? Wo bist du? Ja hier inzwischen. Wie bin ich hier reingekommen? Ah! Ach da. Ja. Muss ich gerade suchen. Hä? Jetzt bin ich wieder gefangen. Ja. 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 Ach komm hier. Ja. So. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Achso, das ist komplett ok, das ist sehr gut. Da wird eh mehr viel produziert, dabei passt was. Aber dafür, ich glaube für eine dritte Fabrik kommen hier wieder zu wenig Kupferkabel an. Ja, aber die könnte ich noch hier oben hinsetzen, eine. Ja stimmt, da wird auch eine gehen. Ach komm schon, Geschwindigkeit mit U1, das wird fertig. Danke. Oh, ich hab 3? Oh, ok. Ja, aber ich muss jetzt umlaufen. So, dann mach mal da, so und so. So. Brauchen wir da nicht. Ah, kliess. 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 Oh, ich laufe nicht dahin. Kliess. 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 Hast du die jetzt einfach rumgedreht oder hast du das ganze Band weggemacht? Das Band hab ich weggemacht. Ja, das ist glaube ich besser. Kliess ist erst gar nicht mehr dahin. Eben. Ähm. Verdammt. Kann ich mal jetzt davon produzieren. So passt das genau. Zack, zack. Kupferkabel. Strom. Roboter. Okay. Ähm. Das ist fertig. Kliess. Achso, da kommt noch eine andere Band, die sind voll. Das wird grad hier ja auch dann. Vorbei ob das... Na ja. Kann mir ja nicht schaden, nur noch einen hinzusetzen. Ja. Sieht schon mal definitiv besser aus. Ich würde sagen nur, wir müssen das hier später teilen. Nehme ich etwa hier so. Da gibt's noch mehr. Aha. Und gut. Aber aufhören. Aber aufhören. Da, was hin? Okay, so, wer hat was zu besch... Oh, okay. Wir haben beim Solarpark angegriffen. Oh. Wir wollen mal ein Solarmodul. Da, wir haben den Schild nicht mehr wegpacken. Wow, wie sind sie denn da reingekommen? Das frage ich mich gerade auch. Das ist gar nicht gut. Müssen wir nochmal Türme entsetzen. Müssen wir mal schauen, wo sie da irgendwo durchgekommen sind. Ich hole mal ein neues Solarmodul eben. Hier ist auf jeden Fall was... Wow, hier oben. Ich sehe es jetzt nicht. Wo waren überhaupt die... Ach, da also. Die haben die Mama kaputt gemacht. Bring ich mal direkt Tür in meine Mitte. Ja, ich habe noch 14 Stück. Aber bring mir noch ein paar mit. Die werden wahrscheinlich nicht reichen. Kannst auch, denke ich mal, welche noch in Produktion geben. 35 haben wir noch. Ja. Mach ich eben schnell, bevor ich hochkomme. Hier ein paar Batterien holen. Okay, das. So, da haben wir Batterien. Jetzt geht's. Boah, wie langsam einem die roten Bänder jetzt vorkommen, ne? Ja. Das ist mir auch eben schon so. Dachte ich, habe ich so drauf geguckt. Boah, sind die langsam. Kann das sein, dass die gerade, die angegriffen haben, oben aus dem großen Dorf kamen? Könnte sein, ne? Möglich, ja. Das ist alles möglich. Äh, wahrscheinlich ein starkes Backen da. Wird ja weg produziert. Ja. Das ist mir eigentlich in den Hügel dann jetzt. Äh, drei Batterien. Oh Gott, jetzt müssen wir hier rechnen, Alter. 60, oh. Um die 60 irgendwas werden wir produzieren. Bisschen mehr halt. Ich hab keine Lust auf Mathe. Hahaha. So, wann hier überhaupt ein Eingang da? Die gehen noch brav außenrum hier. Ja, du kommst, oh, ganz oben kommst du nicht direkt durch. Da habe ich ja jetzt schon ein paar Türme hingesetzt, aber. Oh, das ist doch so blöde. Biss dann eben einmal außenrum. Ist da noch was? Oh, was ist da denn? Ach, da ist noch ein Reisen runter. Achso, soll ich die Türme jetzt noch setzen, die anderen? Ja. Wo, wo war'n das? Oben? Ja, oben. Da, wo schon welche sind. Also, da war zumindest die Mauer komplett kaputt. Ja. Aber die Solarmodule haben es zum Glück nicht kaputt gemacht. Ja, eins halt noch. Ja, das hier unten, genau. Ja. Muss ich mal unten wieder eine Leiste haben. So. Zwei, drei, drei, frei. Hups. Ich habe mehr gebaut gerade, als ich wollte. Als Strom dürften die Lasertürme hier genug haben. Ich vermute ich mal. Oh, ich habe keine. Ich kann ja auch ein paar Strom lassen, die bauen. Ja, zur Not können wir auch noch ein paar mehr bauen. Das geht dann auch noch. Wobei, die doch schon ganz gut reinhauen, finde ich, die Türme, ne? Mittlerweile. Ja, ja. So, vor allem, wenn wir jetzt noch die Feuerwaffe, fünf und sechs noch erforscht haben, dann ist das schon ordentlich. Äh, mir fällt gerade mal nur auf, dass die lilanen Pakete da jetzt nicht mehr sind. Dass die fehlen. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die Forschung weitergeht. Äh, nö. Wahrscheinlich nein. Nö. Jetzt ist die Frage, sollen wir erst darauf setzen, dass wir die Raketenabwehr bauen? Wegen den Alien-Artefakten, ne? Ja, ja, ja. Ja, die brauchen wir ja so oder so. Und wirklich angreifen ist so die Sache, ne? Ja, das ist das Problem. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? 19 Stück. 19, ja. Sind es dann noch 31, die produziert werden müssen? Das fehlen Geschwindigkeitsmodule 2. Und die fehlen wieder, weil... Rote. Ja, jetzt rote fehlen. Rote fehlen immer noch wegen... Kupferkabel. Ich glaube, das können wir hier mal wegmachen. Bei der ganzen Schlau war es jetzt auch nicht. Lass uns jetzt mal noch ein Stück weiter laufen. Lass mich das Kupferkabel aufheben. Danke. Ja, das ist eigentlich... Egal wie wir es machen, das sind zu wenig Kupferkabel. ...definitiv zu wenig. Outsourcen. Das brauchen ja nur Kupfer, ne? Warte, ich mach mal noch zwei Montagemaschinen, die Kupferkabel da auch irgendwo hochleiten. Aber hier unten irgendwo da, ich guck mal nach anderem Kupferkabel. Mhm, so erstmal brauchen wir natürlich Kupfer dann. Ja, wir können ja hier irgendwo was wegnehmen. Hier hinten irgendwo. Wie stört sich das so? Ist schon... Ja, schwierig. Ja, immerhin haben wir jetzt 20. Okay, wir werden permanent angegriffen. Das nervt mich ein bisschen. Das Geräusch ist echt... Müssen Ton ein bisschen leiser machen. Ja, das Geräusch höre ich ja trotzdem noch durch. Das ist ja so übertönt. Ja gut, das stimmt. Es geht ja nicht um die Lautstärke, es geht ja generell um das Geräusch selber. Das ist einfach extrem... Nervig. Ja. Definitiv. Was ist das denn hier oben? Kann man mal ein Elektroschick? Jetzt. 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 Ja, hier fehlen generell elektrische Schaltkreise. Ja, muss dann da noch mal ein... Das passt von mir noch nicht mehr da. Gut. Gut, 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 gut. Gut. Gut, gut. und produziert Ok. Ne, das gerade mangelt es eher an Prozessor-Einheiten. Aber gut, die fehlen auch wegen der roten, ja. Stimmt ja, da war ja was. Ich glaube, wir brauchen einfach insgesamt viel mehr rote. Ja, das Verhältnis, ne? Für mehr rote bräuchten wir dann wieder mehr grüne. Für mehr grüne bräuchten wir noch viel viel mehr Kupferkabel. Das wird lustig. Dabei wollen wir nur 50 scheiß perfekte Produktivitätsmodule 3 und diese anderen Module. Geschwindigkeitsmodule 3. Naja, ne? Kann man nicht wirklich ändern. 22 haben wir jetzt. Ich will die ganze Zeit überlegen, wie wir es hier noch irgendwie verbessern können. Aber das ist so extrem viel grad. Da platzt mir die Birne. Jetzt stolze ich oben ins Kupferkabel, aber unten wieder nicht. Das heißt... Naja. Ach, wir sind schon wieder. Am Ende. Genau. Das würde ich sagen. Ach, wir sind schon wieder. Am Ende. Das würde ich sagen. Ne, das war wirklich, ähm... Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like im Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Faktorio. Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.